Wie reinigt man den Dach? Also der Pilz, was hier ist, hat eigentlich keinen Sinn wegzumachen. Der ist zu klein auch. Wir konzentrieren uns auf dem Dach, konzentrieren wir uns auf Moos, was sich an diesen Stellen entwickelt, da war alles mit Bürste, mit Bürste war alles gereinigt. Mit Bürste gehen wir die Stellen durch, erst einmal ganz grob und dann präzise, etwas präzise, dass da nichts bleibt, so wie da. Und dann noch die Riele zwischen Ziegel und dann fägt man das alles. Und so sieht es sauber aus, so sieht es, wenn es noch alles liegt. Die Stellen werden einfach, die da entfernt und die gereinigt, die Stellen, die Rillen, so und so. Und dann natürlich Riss zwischen Ziegelsteinen. So sieht es aus. Ideal wäre natürlich, danach noch eine Schicht, Glasur, extra Schicht aufzutragen, dass es wieder geschützt ist und dass die Steinchen nicht weggehen, ja? Und dass die Pilze keine Luft kriegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Natürlich wird die Rille noch gereinigt und das Ablaufloch wird gereinigt, rausgenommen, gereinigt und dann wird alles gesammelt und entfernt. So sieht es noch aus, wenn es nichts gemacht ist, ja? So sieht es alles mit Moos und die Stellen auf jeden Fall muss man sauber machen. Die sehen dann so aus, überall alles verstopft mit Moos. Und die Stücke werden natürlich dann Abflussrohrwasserrielle zumachen. Verstopft sich dann Ausgang. Das müssen wir freimachen, reinigen, putzen und wieder reinigen. So sieht es dann aus. Das ist Instrument und das ist Resultat. Das sind ungefähr, sage ich mal so 30 Kilo. 30 Kilo von einer Hälfte vom Dach. Begrö tahu. Das ist ein ganzes Wunsch. ة